Das Wetter. Das Wetter in dieser Gegend ist sehr speziell. Im Forum haben die ein ganz schönes Geheimnis gemacht mit den Kesha. Wow, wie spannend! Warum bist du nicht zu Hause geblieben? Weil ich Zeit mit dir verbringen wollte. Aber ich dachte eher an Wellness oder so. Was ist das denn? Ist dein GPS wasserdicht? Denn jeden Tag ist Wochenende, jeder Tag kommt in den letzten End. Hey! Sieht so aus, als wäre er einfach so für Lastoren. Jessie! Sie reagiert nicht. Ich hole Wasser. Lass du mich jetzt. Ich will ihn nur helfen! Hier drin ist sie sicher. Sicher vor was? Was ist das für ein kranker Scheiß, Mann? Technologie für den dritten Weltkrieg. Mind Control. Die Wellen verwenden die gleiche Frequenz als das menschliche Hirn. Sind dir stimmt irgendwas hier? Was ist das jetzt? Nee, sicher nicht. Kannst du laufen? Ja sein ist nicht